Hoi Leute, ich bin Schnurrisch, heute sind wir wieder mit zum Training, mit Delay Sports. Ich weiß ja auch nicht, dass wir da noch was machen. Ich versuche einmal die Woche hinzugehen. Eli versucht einmal die Woche hinzugehen, ja. Wie ihr seht, ich bringe mir gerade ein Schnurrisch, ein Bad an den Seiten. Ich habe natürlich wieder ein bisschen Zeitdruck. Nächste Woche kommt Edos, Mittwoch nach Berlin. Daniel kommt auch am Wochenende zu mir, Daniel Lundgold. Wir gehen Mittwoch zum Letekka-Konzert, da werdet ihr einen Blog bekommen. Und am Wochenende gehe ich zum Wallermann-Closing in Mallorca. Das letzte Wochenende, wo noch mal da was abgeht und da feiern. Und da soll es noch mal rappelvoll werden und gottlos und ja. Da bekommt ihr dann noch mal gottlose Vlogs. Ey, meine Quali ist heute irgendwie nicht so gut die ganze Zeit. Ich glaube, weil das nicht so gut ist. Kalle kommt mit, Ormet kommt mit. Edos hat leider abgesagt. Ich gucke, dass wir vier sind, dass wir einen coolen Squad haben und ein paar coole Videos drehen. Wisst ihr Bescheid. Die letzten Malu-Vlogs kamen super an, macht auch sehr Spaß dort. So, da sind wir wieder. Die und Deyden sich über Fitness. Es geht. Muss mich auch mal blicken lassen. Richtig hartes Training. Richtig. Richtig. Nein, 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 nein. Du hattest schon unseren Fitness-Coach gesehen, Kargan. Der trainiert uns hier. Der ist auch mit der türkischen Nationalmannschaft unterwegs und so. Deswegen, wir haben schon hochqualitatives Training. Und die besprechen irgendwas Geheimes, Alter. Er tunnelt mich heute. Ich hab richtig Angst vor dir. Ich hab Hamid Loko getunnelt. Bitte einmal einblenden. Yes. Arschloch. Verlaufen? Was machst du hier? Was machen wir davor? Ich hab Angst, dass wir Krafttraining machen. Sprinttraining. Sprint. Exklusiv. Heute wird damit gezaubert. Team Sydney Nummer 10. Junior. Michael auch da. Jeder ist hier heute. Librahimović. Aus Ghana. Ey, wie cool ist das jetzt aus, Digga. Muss ich auch so einen Platz haben bei mir. So, ich trainier jetzt so. Mal gucken, wie die Aufnahmen sind mit der Bodycam. Hab ich auch noch nicht gehabt auf meinem Kanal. Ich versuche extra nicht so viel zu wackeln. Ey, läuft die schon, Niki? Die läuft schon, ja. Hallo. Die läuft schon, ja. Hallo. Was sind denn eh alle da, oder? Was sind denn die, dich? Ey, wie glatzt der Platz? Wie es rutscht ist? Ey, Ali, pass auf die Ankles auf heute. Ey, mach mal ein bisschen größer, Jungs. Mach mal größer. Mach mal größer. Gleich mal Doppelrunde. Lass Doppelrunde. Ja! Was soll ich da machen? Oh, oh. Ich hab ein bisschen Angst, ja. Mach ruhig, ne? Läuft das schon, oder was? Natürlich läuft das. Wir werden ganz kurz in Form einer Koordinationsseite, wo wir die Koppelungsfähigkeit viel bearbeiten werden. Bei Mevin das Ganze war die größte Schindel, wo wir nach rüber gehen, wo wir die Box rein in den Reaktion, wenn wir die Box rein loslegen. Okay? Immer schön die nehmen, die immer Beine brechen. Das ist die eklig sind. Ali Junior. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Es kommt, Jungs, es kommt, Jungs. Ali, konzentriert sich so. Zwei Kontakte, rechter Fuß zuerst. Ah! Ritte, du Arsch noch, Mann. Scheiße. Weil ich es eckig finde. Habibi, ich mach euch vor. Nehmt dran auf. Kanadisch. Mehr Platz in Englisch, ja? Da klappert's. Wie geht's? Oh, Junge. Er ist auch nicht bereit, doch. Gut ready, gut ready. Ja. Ja, Synchroner. Oh, guck mal, jetzt wird Synchroner. Oha. Ali. Oh, Ali. Ali. Ali, komm, Junge. Widerlich. Oh, oh, oh. Alter. Alter. Was ist denn das? Boah. Ne, was war das denn, Junge? Du hast irgendwas gemacht. Fett Arsch, Alter. Jetzt hört man ja die ganze Zeit. Was für Scheiße da war im Training. Das wäre ein cooler Livestream eigentlich mein Training hier so. Ein Putsch. Das war hier mit gestreckten Einsatz. Gestrecken. Rücklaufen. Das Ganze dreimal. Perfekt. Maximal schnell. Ja, Mann. Zack, zack. Zack, zack. Danke. Okay. Ja, super Kommentator bin ich. Und da ist es passiert. Und da ist es passiert. Gab da auf einmal so ein Erdbeben. Wir gehen hier rein. Ja. Vorhin hier. Das ist nicht gut gelassen. 5 pro Seite. Nein. Das ist die Kamera schon. First try. Ja, ja. Eigentlich nie wird das so. Ach, egal. Na ja. Mehr Kniehände. Ja, okay. Das ist ein Stichwort. Kilo. Los. 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 3. 2. 1. Ich bin jetzt der Einzige, der hingefallen ist. Okay. Achtung. Und. Gute Jungs. Los. Vorne, vorne, vorne. Ali, wo bist du, Bruder? Wo bist du? Rückwärts. Rückwärts, Ali. Oh Gott. Ich zieh dich so an. Oh Gott. Jetzt Holger. Hopp. Yes, Ali. Ja. Und Friede auf der Eins. Friede auf der Eins. Und Ali auf dem Boden. Ihr letzter. Ja. Haben Sie was zu sagen? Ja, ich weiß. Aufwand fertig. Wie gesagt, der trainiert auch nebenbei die türkische Nazio-Rhythmistrainer. Jetzt geht's in die Spielform rein. Ein bisschen zocken. Aber der platzt hier gar nicht. Ich weiß. Der kann einfach eine Mannschaft aussuchen. Das habe ich heute. Ich habe gefragt. Fritte. Dada. Lügste Finger. Timo. Julius. Was machst du? 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 Geh mal weg. Hä? Wir spielen immer nur bis zwei oder maximal vier Minuten. Beides gilt. Wer nach vier Minuten führt. 1-0. Bleibt drauf. Verlierer geht runter. Ohne entschieden. Die längere geht runter. Ohne entschieden. Längere Mannschaft geht runter. Und jetzt gut zuhören. Das Verlierer-Team hat immer kurz hier noch zwei Linienläufe mit mir. Nach jedem Spiel was er verlieren. Nach jedem Spiel was er verlieren. Jetzt. Das wird ja so schnell gehen. Ja. Spiel. Ja. Schieß. Boah. Nicht verletzen. Jungs, pass auf. Bande, Bande. Digga, schon wieder weggerutscht. Digga, man kann gar nicht spielen, Alter. Das ist viel zu toll. Du bist nicht mit dem Ball, Alter. Das ist viel zu schlimm. Das ist viel zu schlimm, Alter. Von Blom. Ali, komm, ey. Du musst den Tepp vorbehalten. Tschüss. Okay, unter 23 Minuten. Guck nicht mich an. Warte. Komm, komm komm. Komm, komm komm. Lass, komm! Lass, komm! Lass, komm! Lass, komm! Lass, komm! Lass, komm! Was? Oh, zitt der! Alles wieder im Körper! 4 Wagen, unter 60! Noch mal 4 oder was? Und ihr könnt rausgehen! Kein Wiesel! Aufschluss! Aufschluss! Oh mein Gott! Digga, wir können die Tore nicht schaffen! Na, Bro! Gut! Die beiden zu da! Wie gut war das gespielt? Ich hoffe, jemand hat das auf Band! Hast du das gefällt? Mein Handy ist reingefallen! Digga, wir haben so einen coolen Spielzug gehabt! Unser 1. Win! Hoch! Weg, 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 weg! Hoch! Gut! Es ist guter Ball! Schieß! Alle! Wiesel! Jonas, Jonas! Ordnung, Ordnung, Ordnung! Schieß! Oh! Oh! Ja, steifig! Oh! 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 Mein Team! Oh! 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 Langsam können wir nicht mehr! Und die Kinder kommen immer wieder frisch drauf! Das ist das Problem! Du guckst euch wieder an! Ich habe es euch gesagt! Da läuft jetzt! Da kann ich mehr! Du hättest wieder am Ruhmeckern! Schieß! Schieß! Schieß ruhig! Mich hinter die Links! Nimm du! Komm mal! Mit Bande! Mit Bande! Mit Bande! Meiner! Meiner! Wir müssen einfach schießen, das ist gefährlich! Ganz rüber! Raub! Raub! Stark! Mach ihn! Yes! Nein! Gut Jungs! Gut, Michael! Einer kann noch vor! Ja, ja! Mit Bande! Hinter mit Bande! Hinter! Ja, Junge! Super! Ja! 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 Ja, ja! Rabona-Tor! Da kommt das Rabona-Tor! Ja, sorry! Nein! Bilo geht! Dino will nicht mehr laufen! Das ist ein Glück! Ich hab das Bein aber auch draußen! Dann schießt du das auch nur an! Du bist sicher! Michael wollte mich auch schon abnehmen! Ja! Ja! Fuck! Ich hätte schon geschossen! Nimm du hier, Micha! Micha! Ja! 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 Schieß! Gut, Micha! Linie, Linie! Selber! Micha! Gerauf, gerauf! Yes, Freddy! Hinterbrand! Stör auf! Ja! Ja! Nietzsche schicken! Ab der Steffi! Abschluss! Ab der Steffi! Apf! Appf! Dino! Rüber! 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 Fang! Armut! Länge! 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 Ja! Boah! Boah! Weiter, weiter Junior! Oh ne! Vierastik, irgendwann ist Schluss. War eine coole Einheit. Gute Einheit, gute Intensität. Gibt Körner. Sicher Foto war jetzt rot X, jetzt schwarz. Hauptsache nicht blau. Da haben wir noch Sachen hier. Und da ist natürlich Ali wieder ganz weit vorne. Guck mal, was er schon wieder alles hat. Welche Größe? XL? Kommt, wer Angst hat, dass ich klaue? Alter Schwede. In XL. Fette Sau. Ich glaube, es kommt ein bisschen so die Stimmung in der Mannschaft rüber. Wie wir alle Spaß haben. Hat auf jeden Fall richtig Bock gemacht. Uns immer wieder lustig mit den Jungs hier ein bisschen zu zocken. Man sieht ein bisschen die Stimmung. Viel Spaß haben beim Fußballspielen. Darum ging es uns. Ich war ein Mensch bei jedem Spiel. Und Jonas wird hier interviewt. Top Transfer gewesen. Top Transfer. Zwei Tore, zwei Assists, ein Elfer ausgeholt. Ist ja gut. Und Freistoß rausholen. Und Freistoß rausholen. Der zu Tore gefehlt hat. Hat er gesagt. Oh mein Gott. Guckt euch Wiese an. Da klaut ihr schon wieder alles. Alles? Der braucht so ein Ding. Ich fahr mal weg. Zeig doch. Zeig doch. Geh mir jetzt fressen. Das werden vielleicht auch mal zwei Burger. Drei. Big King XXL und Long Chicken. Aber Big King XXL ohne Gurken. Mit Gurken. Und Sprites. Ketchup Mayo beides. Das haben wir uns aber auch verdient nach den ganzen Läufen heute. Ja, haben die Läufen heute gemacht. Nach jeder Hinterlage Läufe machen. Was für Läufe? Wer hat am meisten verloren heute? Ich. Dreimal hin und her. Und dann nochmal. Und dann nochmal. War jetzt nicht so entspannt die Läufe muss ich sagen. Big King bitte ohne Gurken. Ganz wichtig. Und den Long Chicken bitte mit Käse. Und die Whopper bitte mit extra Jalapenos. Okay. So. Ähm. Das war's mit dem Video. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Ich denke mal, war sehr lustig. Ja. Ich versuch weiterhin immer einmal die Woche zum Training zu gehen. Ihr seht, macht's ja Spaß dort. Danke für die Support. Jetzt kommt nächste Woche wieder ein bisschen Content. Wir gehen zum Konzert in Bitteka. Dann Ballermann Closing. Dann nächsten Monat gehe ich nach Amerika. Mit Fokus zum Fortnite-Krimier. In North Carolina. Da gehe ich vielleicht zum Charlotte Hornets Game. Und danach ist Dubai. Da ist ja Winterpause dann für die Fußballer. Jordan, Willi und so. Keine Ahnung, wer alles mitkommt. Und da war ich auch noch nie. Bin ich auch sehr gespannt. Ich denke mal, es werden auch coole Vlogs. Lass gerne ein Follow da. Kostlos. Mach's Blog an. Und checkt Instagram ab, um auf dem Laufenden zu sein. Und ja. Das war's mit dem Video. Ähm. Wir sehen uns im nächsten Video. Wenn es wieder heiß. Du willst mich mitnehmen? Komm vorbei, wenn du mich brauchst. Ich bin jetzt 18. Nein, ich weiß nur nicht raus. Ich bin dein Wingman. Check mit Kdn. Na, was willst du mich drehen? Mit dem Legen kann ich mich einbauen. Oh mein Gott. Boah. Boah. Yeah.